So, jetzt wollen wir euch mal keine deutschen Newcomer vorstellen, sondern wir gehen über die Grenze und wandern nach Holland. Und dazu begrüße ich Martin und Patrick von Pestilens. Hi. Hallo. Hi. Wir haben uns jetzt auf was wir ein bisschen deutsch sprechen, auf Englisch geeinigt. Und das ist gleich meine erste Frage. Ihr beiden seid mit eurer Band als Thrashband in Holland weiter für alleine oder gibt es viele Bands dieser Art? In Holland ist es nicht eine große Thrash-Scene, aber es gibt ein paar Bands, aber es gibt nicht unbedingt eine Bewegung, sagen Sie, in Holland. Es gibt schon ein paar, aber es ist also jetzt keine festorganisierte Thrash-Szene dort im Entstehen. Und Sie waren die erste Band, Thrashband, die einen Vertrag bekommen haben. Ja, es ging ja los bei euch 1987 mit den ersten Demos im Franz K. Studio. Jetzt inzwischen seid ihr ja schon ein bisschen weitergekommen. Vielleicht erzählt ihr mal selber. Ja, wir haben den ersten Demos, ich hatte nicht den ersten Demos, ich hatte nur den zweiten Demos. Ja. Und dann haben wir einen offerten, um den Titeltonik Invasion No. 2 Album von Godwinner. Und wir haben die Möglichkeit, und sie haben uns einen Deal, einen Deal, einen Deal. Und die Album kam jetzt? Nein, es wird in einem Wochenende. In einem Wochenende. Okay, what's it called? Let's talk about the Album. Well, it's called Amelius Maleficarum. And it means, in English means the witch hammer. It's an old book, written in the Middle Ages. It's about witches, witch trials, torment of witches. An inquisition. An inquisition, really, yes. Gut, also Martin sagt, er war bei den ersten Demos nicht dabei, bei den zweiten Demos ist er dann dazugekommen. Und sie sollten dann für einen Rotrenner-Sampler auch noch einen Song beisteuern. Und das hat dann dazu geführt, dass die Firma Rotrenner gesagt hat, wir machen gleich eine ganze LP mit euch. Und so ist es auch geschehen. Die LP heißt Maleus. Wie? Maleus? Maleficarum. Maleficarum. Das vermerke ich mir nie. Das ist ein lateinisches Wort und heißt so viel im Deutschen wie Hexenhammer. Es geht um Hexenverfolgung, um Inquisition, um das Mittelalter, um all diese Dinge. Was heißt Pestilence? Pestilence weiß ich, heißt Pest, aber warum die Pest? Well, das war meine Idee, weil ich eine sehr kritische Person bin. So Pestilence nicht nur für die Pläge, sondern für mich ist es eher für die Progresse, wie Poverty, und all diese Dinge. Es ist ein modernes Pläge, youißt du? People dying, you know, it's a disease, it's just like cancer. For me, cancer is just like the plague. And no one can do nothing about it. Well, we've got, now we've got chemotherapy, there's something about that. Das war so eine Szene, ja. Ja. Ja, also er sagt, es geht ja nicht nur um die Pest, die Pest aus dem Mittelalter, sondern sie übertragen das eigentlich ins heutige Zeitalter. Aber es geht ja nicht nur, wir haben heute nicht mehr die Pest, aber dafür gibt es andere Sachen. Es gibt Krebs und viele schlimme Krankheiten und im Grunde sieht er das übertragen ins heutige Zeitalter. Es geht eigentlich auch um ein sehr trauriges Thema im nächsten Song, Chemotherapie. Chemotherapie, ich finde, das ist schon ein bisschen ein hartes Thema für ein Musikstück. Warum muss das so sein? Ja, well, I, um, I wrote this song, the, I mean, the lyrics, and in the song, it's about somebody who had a cancer, and he has the choice between death, just dying, or the chemotherapie, and the choice he has. The lyrics are about how he feels during the chemotherapie, how he feels the pain, you know, and we describe it. Gut. Also, es geht Ihnen um Song, um jemanden, der aus einem Krebs erkrankt ist und sich dann entscheiden muss, zu sterben oder Chemotherapie über sich ergehen zu lassen und wie man sich bei so einer Behandlung fühlt, das beschreibt der Song. Ein sehr ernstes Thema. Wir sehen jetzt das Video. Es wäre übrigens sehr schön, sich mit euch zu unterhalten. Ich brauchte die Fragen gar nicht übersetzen, jetzt zu verstanden. Wunderbar, es kritzt alles ein bisschen ab. Vielen Dank fürs Kommen, wenn ich nicht so kommen, hier und sehen Sie wieder. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.